Das nenne ich ein Timing, ne? Das nenne ich ein Timing. So, und wir sind auch schon wieder in einer neuen Folge. Folge. Wenn ich es dann richtig schnüpple, heißt das natürlich. Das ist natürlich dann das andere, die andere Frage, ob ich das hinkriege. So, ich mache mir jetzt eine Schaufel. So. Blätter mit hier. Mit diesem Gezüppel. Ich komme jetzt natürlich langsam wieder an meine Aufnahmegrenze. Es ist ja immer so, dass ich so nach zwei Stunden so langsam oder so bis, also wenn dann so langsam, wenn es gegen zwei Stunden hingeht, sagen wir es mal so, dann fange ich immer an ein bisschen leiser zu werden, ein bisschen, also weniger zu sprechen. Ja, und mehr Fehler zu machen. Ja, es liegt nur daran. Fehler mache ich generell nur dann. Ja. Gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Jetzt könnten wir eigentlich, weil es gerade so schön ist, könnten wir eigentlich sowas hier machen. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Vorplatz. So, wir machen das mal so bis, bis da, ne? Dann machen wir das gleich wieder. Oh, da drüben. Da drüben. So, da ist es wohl eine schöne Zeit drüben im Östen. So, das lasse ich hier mal. Das lassen wir mal noch so ein bisschen Natur belassen. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Können wir diesen Stein gerade so nutzen? Für den Kontrast. So. So, finde ich, finde ich schön. Gefällt mir. I like it. I like the bobit bobit. Obwohl, das hier stört mich. Hier geht es ja runter, ne? Das ist, äh, kein Problem. Okay. Ach, komm. Wahrscheinlich habe ich jetzt zu wenig Holz, ne? Ne, ich habe noch. Okay. Alles okay. Alles okay. Ach, da haben wir ja noch Erde. So. Kann hier noch so ein bisschen gut passen. Ich mag das nicht, wenn das hier so direkt kantig ist. Ja, sowieso key. Sowieso key. Ne, dann haben wir jetzt hier den Weg runter. Vielleicht mache ich hier sogar noch so. Und eigentlich könnte man hier auch noch. Einfach weil wir es können. Ne? So. So. Dim, 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 dim. Jetzt weiß ich halt noch nicht, wie ich das dann hier mache. Dass das dann auch gut aussieht, ne? Das ist ja, ne? Das ist, äh, immer so ein Ding. Äh, ich muss mich trecken. Und recken. Und ich glaube, ich habe vorher falsch gesagt. Es war noch nicht Zeit für eine neue Folge. Das, äh... Oder? Doch. Sind wir jetzt schon wieder sechs Minuten in der neuen Folge. Kann das sein? Ja, es könnte sein. Könnte durchaus sein. So. Ähm... Ja, dann gucken wir mal. Was wir denn hier noch so machen können. Zum Beispiel schon mal mit dem beginnen. Das ist übrigens jetzt die letzte Folge vor, vor dem Mittag. Da werde ich da wieder Päuschen machen. Jo, dann gucken wir weiter. Dann gucken wir weiter. Ja, dann gucken wir weiter. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. So. Dann brauchen wir Sticky. Sticky, 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 Sticky brauchen wir. Dann mache ich mal mit dem hier. So. Wo haben wir? Hier haben wir Sticky. Dann war es ja so. Ich mache lieber mal so. Vielleicht reicht das ja schon. Ohne ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Wir brauchen da schon einige. So. Und so. Dann können wir eigentlich da. So. So. Einfach, dass wir da noch die Verbindung haben. Hier belasse ich es, glaube ich, mal so. Dann die zweite Reihe. Ich bin ja gespannt. Ich bin ja gespannt, wie das dann schlussendlich aussieht. Da sieht man wieder mal, ne? Minecraft. Typisch Minecraft. Man baut irgendwas und irgendwann fängt man an, wieder zu verändern. Dann Sachen, die man schon gebaut hat. Das macht ja auch den Reiz aus, ne? So. Wir brauchen definitiv noch ein paar. Wir brauchen noch ein paar. So. La 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 la. So. Das reicht hoffentlich dann. Es wird schon wieder bald Nacht, wie es scheint. Und. So. Ein paar brauchen wir ja dann noch. Wir brauchen ja dann oben noch und hier diese Dinger. Wie viel Abstand habe ich denn da immer? Eins, zwei, drei, vier. Und beim fünften kommt einer, ne? Eins, zwei, drei, vier. Fünf, oder? Eins, zwei, drei, vier. Du. In der Mitte. Eins, zwei, drei, vier. Und beim fünften hier. Eins, zwei, drei, vier. Der fünfte. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Echt jetzt? Als hätte ich es vorher ausgerechnet. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Hier geht es aber nicht auf. Aber hier werde ich es da machen. Ist klar. Drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Alter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist doch geil. So. Ich muss jetzt aber schlafen gehen. Sonst haben wir ein Problemchen. Ein kleines. Die, 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 die. So. Ja, das kommt doch okay. Das kommt gut. Das kommt gut. So. La, 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 la. Aber wir haben nicht mehr viel Holz. Wir haben nicht mehr viel Holz. Das ist nicht gut, Freunde. So. Dann müssen wir mal gucken. So. La, 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 la. Ja, zack. Und zack. Kommen wir schon hoch? Och, nee, kommen wir nicht. Scheiße. Ja, dann halt so. So, dann muss ich mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall... Ja, wie mache ich denn das jetzt? Das ist jetzt die Frage. Wie kriege ich das hin, dass das schön aussieht, ne? Aua. Wo ist denn hier das Zeug? Habe ich das schon alles aufgenommen? So. Eigentlich müssten wir ja das so machen. Aua. Irgendwie. Ne? Das müsste ja die Mitte sein. Dann müssten wir theoretisch... Fisch. So. Was haben wir da? Ja, Alter, ich weiß doch nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Das ist schon Ewigkeiten her. Ähm... Dann müsste das hier wahrscheinlich auch weg. Und wenn ich mich nicht täusche... Müssten jetzt da... Alter, das ist so lange her. Kann es sein, dass das so war? Dann müsste ich aber hier eigentlich, damit es gut aussieht... Ich bin ja der Profi, ne? Wenn es darum geht, dass es gut aussieht. Dann müsste man ja eigentlich sowas hier reinmachen. Nein! Nicht so verbinden! Warte mal. Warte mal. Wie kann ich das machen? Ach, das geht gar nicht anders. Die werden sich immer so verbinden. Dann muss ich das so machen. Und dann... Jetzt muss ich gerade überlegen. Wie hatte ich das gemacht? Ich hatte, glaube ich... Wenn ich mich nicht täusche... Wenn ich mich nicht täusche, musste ich ja... Das geht so... Dann waren da die Treppen. Da, ne? Also so, ne? Wenn ich mich nicht täusche, ging das so. Ich musste das so machen. Genau, ich musste das irgendwie so machen. Anders ging es nicht. So. Genau. Dann hatte ich aber hier ebenfalls noch... Ich bin mir nicht mehr sicher. Ne, jetzt bin ich falsch. Ich bin falsch, Mist, ah, das war falsch. Das war falsch, das war falsch, das war falsch. Naja, wir haben noch 4 Minuten Zeit, bis wir dann das Päuschen machen. Also ich zumindest, ja, ihr ja auch, ne, wenn ihr es aktuell guckt, dann geht es in 2 Tagen weiter. Bei mir in, ich denke mal, so einer Stunde oder so. So, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, das Beste wäre, wenn ich erst die da mache, ne? Und das kann ich am besten... Ich muss mal wieder essen hier. Wann hat denn der gerade vor? Ich hatte ja die richtige Taste gedolgt, du kleiner... So, ich glaube, das müsste so gehen. So, dasselbe hier drüben. War das jetzt richtig? Ja. Nee, war es nicht. War es nicht. Ja. Es muss eigentlich andersrum sein. Und zwar so. Genau. So stimmt es. Jetzt ist die Frage, kann ich von hier aus... Geht das? Das geht. Ich glaube, der war falsch. Aber ich müsste ja von hier oben weitermachen können. Eigentlich. Der war auch schon falsch. Nein! So. Naja, ich werde noch mehr Holz brauchen auf jeden Fall. Ich mache jetzt erstmal die hier, wo ich habe. Nein! Was machst du denn? Alter! Ist das mühsam? Egal, dann mache ich es halt trotzdem so. Ich glaube, es ist immer noch die einfachste Variante. So, erstmal bis da. Weiter muss ich noch nicht. So. Mal gucken, wie weit wir noch kommen in dieser Folge. Wahrscheinlich nicht allzu weit. Moment. Denn die ist nämlich gleich vorbei. Freunde. Ja, der wird wahrscheinlich schon wieder weggemacht nachher. Schöner ist, es wird gerade Nacht. Das kann ich eigentlich gerade nutzen. Wir werden eh nachher Holz brauchen, um überhaupt weitermachen zu können. Von daher, ich gehe jetzt hoch ins Haus. Und dann war es das gewesen für diese Folge. Ist wieder einiges passiert in den letzten zwei Stunden. Ich hoffe, das sieht dann gut aus. Weil von hier oben sieht man alles. Naja. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Und Tschüssikowski, meine Freunde. Freunde. Tschüssikowski, meine Freunde. Schöne. Schöne. Entstehen Sie einenピen, meiner Heim nas erreicht und sich wünschen. Ich nehme dich das Miz. So m elle JUDYwol Barker. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018